Die Nachfolgung der Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Wiko, der Schocker. Mittlerweile eigentlich schon eine kleine Rarität. Tut mir auch ein bisschen weh die Verpackung näher zu öffnen. Eine Phantomsirene mit Knattersternpoket. Ich frage mich jetzt nicht, aus welchem Jahr die Stammen müssen schon ein bisschen älter sein. Auch dazu bisher nicht sehr viel gefunden. Dann wollen wir doch mal schauen wie sehr uns dann wirklich schockt. Also nichts für schwache Nerven. Und jetzt der Horror vom Feinsten. Wiko Schocker. Woh! Applaus